Ja, aber wir machen, äh, können sie uns nicht einfach irgendwas nehmen oder sowas? Nein, natürlich vorher fragen, aber... Hast du gefragt? Halt die Klappe! Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Hydra! Ähm, ja, mit dem Gero de Ingenieur oder Ingenieurs-LP oder... Ingenieurs-LP oder Ingenieurs-LP oder Ingenieurs-LP und wir sind immer... So, das ist jetzt die zweite Folge von mir und Niklas... Bei mir die dritte, nur die erste wurde halt nachkommentiert, Bögenturnspur und so ne Scheiße. Ähm, dann verbrenne ich jetzt mal... Ich werde jetzt was ganz Kluges machen, ich mach nur Schreck. Oder du willst die Bögensetzlinge noch behalten? Ähm, meine Bögensetzlinge... Und dann geb ich dir die Setzlinge einfach mal... Ja, weil ich will Birke ja, ich will ja aus meinem, halt, aus Birke bauen, da hast du recht. So, ich verbrate jetzt deine ganzen Setzlinge. Na ja, jetzt, ähm, da man ja jetzt... Oh, nee! Oh, nein, ich bin runtergeballt. Du hast mir gar kein Essen gegeben in letzter Folge. Ah, äh, ja, dann komm mal in die Höhle. Ich fahre mir ein bisschen Eisen. Ja, ich kann ja nicht einfach runterspringen. Äh, äh, ist ja kein kleiner Gang, wo du so langsam Step by Step runterspringst. Oh, ja, jetzt bin ich nicht... Ja, ich fahre mir ein bisschen Eisen, damit ich mir auch noch mal ein Eisen hell machen kann. Also wir sind extrem schnell bei Eisen, also wir sind jetzt schon, ja, schon... Wow, wow, wow! Scheiße, bei mir leckt der Server immer so. Ey, hinten ist ein Skelett. Also wir müssen hier wieder rauf. Komm, hier ist unsere Zwischenbasis. Lass mal hier in den Gang rein. Du musst mir erstmal Essen geben. Ey, der hat wieder nur nichts Pings. Ich geh grad runter zum Lavasee, weil ich... Ja, zweieinhalb Herzen, du musst mir jetzt Essen geben. Zweieinhalb, okay, das ist echt extrem. Bist du unten? Ich glaube bei dir hier. Das ist Redstone und ich baue das gleich einfach ab. Ich hab keine Eisenspitz. Ja, ich hab Eisenspitz. Ach, hier unten war mein Gang, genau. Ich leuchte den ganzen... Ah, nee, da war ja Lava. Ich leuchte den ganzen Scheiß mal... Ey, nur Kohle... Ach so, so ein... Weil Redstone brauch ich nicht wirklich, finde ich, weil... Redstone bringt nicht viel EP. Ach so, hier war ja das Ende, wo ich keinen Bock mehr hatte. Okay, lass uns wiederholen. Und der bringt auch richtig EP. Ja, aber ich brauch... Äh, ja, ich hab schon neu... Ja, falls du mal alles ausgegrast, abgegrast ist, kannst du... Äh, genau, abgegrast. Wir können ein bisschen Gras farmen für Weizen. Können wir machen, ja. Ich geh mal wieder in Richtung Heimat oder nach oben und bauen... Wie ist das denn hier runtergegangen? Ach ja. Oh nein, es ist Nacht und da können wir direkt Moop farmen. Ja, okay. Ja, weil ich will halt ziemlich viel, äh, ja... XP für halt fürs Enchanten. Hast du schon Lapis Nazuli? Ja, na, Shiggy, hab ich ja gesagt. Äh, Fritz sind... Äh, die hast ja noch nicht... Nee, hier ist ein Griefer, ein Griefer, ein Griefer. Nein, bumm, ein Creeper ist explodiert. Und bei unserem Feld? Na, zum Glück nicht. Es war 20 Lapis, hab ich jetzt. Boah, leider ist Imitary and Freaks not enough items noch nicht raus und Forge. Ja, aber, ja, aber, ja, genau, weil Forge noch nicht draußen ist. Forge und, also, nee, wer ist... Es geht aber schon bei Mobs, die, äh, rausgekommen sind. Ja, warte, das Feld wird jetzt bewässert durch, äh, die, durch den Regen, der ist. Oh, das Zombie, ich bin aber voll... Wo? Der hat ein Eisen getroppt, der Zombie. Ja, ist doch gut. Noch ein Zombie, alter, was läuft? Hier ist einfach nix ausgeleuchtet. Hey, der, der, das F7... Noch ein Zombie, alter! Der, der, das F7 ist nicht mehr aktiviert, ne? Ich kann das nicht mehr aktivieren. Du kennst F7, oder? Oh, nee, hier ist ein Enderman. Hier ist ein Slenderman und der Telefon... Ach, hier, hier können wir ein richtiges Bergwerk für Diorit, Andesit, Granit machen. Oh, alter, mich interessiert dieses Diorit, Andesit und so ein Quark, Granit. Ja, aber richtig geil. Schützt mich, schützt mich. Ich muss grad, äh... Ach, Wolken lass ich an. Äh, ich mach nur die Musik leiser, äh, den, äh, den Sound mein ich. Wetter mach ich auch mal leiser, weil mich interessiert der Regen nicht wirklich. So, jetzt ist der Sound auch alles angenehmer. Äh, ja, ähm... Wenn, äh, der Regen da ist. Merkt man bei mir auch. Also bei mir merkt man sich, ich hab zwar konstante 60 Frames, okay. Sind weniger, als ich sonst hab, aber trotzdem... Du verbrätest, verbrätst Setzlinge, auch geil. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Weil ich nicht für drei Eisen eine Kohle verschwenden wollte. So, ich esse jetzt Rottenflash. Ich baue meine Kartoffel an. Äh, genau. Ich hab nur einen Knochen. Das wird ja jetzt hier alles durch... Ja, mach daraus Knochenmehl. Ja. Das wird ja jetzt hier durch dieses... Oh, ich hab jetzt hier wieder meine Kartoffel rausbekommen. Durch dieses... Durch diesen Regen wird ja das, äh, Feld befeuchtet. Wie sich das anhört. Nee, ernsthaft, wie sich das anhört. Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich werde auch... Den hab ich auch schon auf meinem Server alles benutzt. Äh, Weizen mach ich auch mal ein bisschen. Ja, ist so. Wir könnten mal... Für Brote. Ja, ich hab schon zwei Samen. Ich baue die drei Samen. Ja, ich hab... Ich hab jetzt nur noch einen. Ich hab... Mist, ich hab noch... Gut, ich hab noch drei Ofenkartoffeln. Ich hab jetzt gar kein Essen mehr, außer Rottenflash. Das ist drei. Äh, hier. Drei. Wir teilen uns das Feld, okay? Also, wie findest du meinen Skin besser? Mit Enderman oder ohne Enderman? Das ist eine Schnuppe. Ich find beide gut. Warte mal, muss ich mal gucken. Ich bedanke mich übrigens nochmal beim Skinner-Steller, der Wet's Crab oder West Day. Ja, den kenn ich auch. Ja, der hat mir den Skin gemacht und ich muss gleich nochmal beim Butter fragen, wie weit unsere Objekte sind, die wir bei ihm bestellt haben. Äh, bei mir jetzt vielleicht ist es noch mal kurz zu erwähnen. Ihr habt ja die erste Folge nicht gesehen und, äh, deswegen... Ich sag mal, die Mitglieder, also die Mitmacher, ist ja unser Niklas, der Dislovels Play. Und jetzt töte ich dich, du Scheiß-Skelett. Da, ich spinne. Ähm, dann der MC Gamer, der auch den Server hostet. Äh, danke an der Stelle nochmal an den MC Gamer, dass er uns den Server hostet. Ja, das find ich echt gut von dem. Und jetzt lag der Server auch nicht mehr. Also vorhin, äh, gestern, da war einfach ein Dreil. Da war ein Dreil. Nein, das war total blöd. Aber jetzt lag der Server auch nicht mehr. Das sieht man ja. Und zwar. Ich muss nach unten. Hier lag das so. In diesem Regen. Ich kann diesen Regen auch nicht ausstellen. Ey, apropos, wenn ich im Regen nicht laufe, dann hab ich viel mehr FPS. Ja, ist schon klar. Der muss ja auch nichts nachladen. Ähm, Grafikeinstellungen. Partikel minimal. Ähm, ja. Die kann ich mit dem Regen ausstellen. Also so, dass ich ihn nicht mehr richtig sehe. Äh, ich glaub, das gibt es gar nicht. Ich kriege ihn durch ein Texturpaket für. Und dann schraube ich meine Chancen auf 8 runter und soll das weniger lenken. Oh, geil. Jetzt tropft es von den Blättern. Das ist ja richtig nice. Und noch ein Zombie. Das ist Swax, ja. Ich hab jetzt Swax. Ich hol mir den Tintenfisch. Ich hab immer die neueste Version von Swag. Swax heißt es eigentlich und nicht Swag. Oh, hier ist ein Slenderman. Hier ist ein Slenderman. Ich hab drei Tintenbeutel aus einem Fisch bekommen. Oh, Mann, Hilfe. Es gäbe dir jetzt nicht nur noch einen Fisch, sondern halt noch insgesamt drei durch die 1, 2, 8, diese Killerfische mit dem Laserstrahl. Mit dem Laserstrahl, das heißt. Ich hab mal anders so ein Teil schon mal gemacht. Ich hatte voll die Errüstung mit Schutz 4. Die haben mich einmal berühren mit dem Laserstrahl. Wow, 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 Zombie. Zombie, du kleines Arsch. Neun Tintenbeutel. Geil. Da oben ist ein Hase. Und ein Zombie. Oh, komm, verpiss dich, Zombie. Verpiss dich! Verpiss dich! Los! Los, wow! Junge, der macht mich... Ich treff den aber nicht. So. Ruckelt es bei dir, oder wie? Ich hab 20 Eisenbahnen jetzt noch übrig. Ich brauch noch richtig viel Ei. Du hast mehr gegeben, deswegen kann ich nur noch mal 10 oder sowas wiedergeben. Ja, wenn du möchtest. Ja, ist ja dein Eisen. Ich hab's dir ja geschenkt, sozusagen. Ne, ne. Oh, ja, hier sind richtig viele Hasen. Hier sind drei. Äh, nicht töten, ne, züchten. Ja, mit was züchtet man die? Keine Ahnung, ich glaub mit Karotten. Ja, macht doch Sinn. Äh, Kanickel essen ja auch Karotten. Aber wenn man die töte, dann kriegt man eine Hasenfote vielleicht. Oh, Junge! Nicht töten! Ich hab die auch nicht getötet. Es sind doch auf jeden Fall drei Stück so schwarz-weiß gepunktet. Äh, hoffentlich hat er keine rote... Hoffentlich hat er keine roten Augen, will ich mal nur sagen. Nee, hat er nicht. Alter, ich hab schon mal so ein Kinder-Killer-Heasing gemacht. Es hat mich gewonnen, nicht. Es hat mich gewonnen, nicht. Killer-Kann. Killer-Kann. Das Killer-Kann-Nickel. Oh, Mann, mein Essen ist auch langsam weg. Ich hab kaum noch Essen. Ich hab nichts mehr, aber ich hab jetzt rege jetzt gerade noch mal. Alter, wenn die Wand ist, geht der Regen zu Ende. Hätt ich jetzt einfach... OP würde ich immer zu schnell wie möglich ausmachen. Aber wir haben aus gutem Grund keinen OP damit keiner... Nee, das ist zum Glück, dass dieser Streit und was alles nicht entstehen könnte. Nö, nicht deswegen, weil wir haben halt keinen Bock haben, dass irgendeiner aus dem Projekt inklusive uns selber halt anfängt zu cheaten oder sowas. Und das ist natürlich doof. Ich hab Ton gefunden. Also jetzt normalen Ton. Oh, den kannst du mir mitbringen. Ich will ja mein Haus auch so was in der Art auch bauen. Ja, ich will ja auch so ein Ziegelstein. Ey, das ist der Thron für Ziegelsteine, nicht so gebrannt. Ja, ich weiß schon, weiß schon, was du meinst. Aber man kann daraus, glaube ich, auch gebrannt machen. Man kann es irgendwie machen, man kann... Alter, das blitzt hier wie ne Scheiße. Ich glaube, so geht das. Ich hoffe, wir kriegen keine Hexe durch den Villager. Scheiße. Ich hab jetzt einen Ton... Ich glaub, den Tonblock... Ich hab jetzt mal einen Tonblock gemacht. Ich muss, glaube ich, den Ofen tun und dann kriegt man den gebrannten Lehm. Und dann muss man mit gebrannten Lehm dann einfach Farbschlauch daneben machen und dann hast du gefärbten gebrannten Lehm. Ich hab schon elf Level. Ich würd die so gern jetzt mal schnellstmöglich ausgeben. Ich hab zwölf. Fast dreizehn. Alter, blitzt das hier oben bei mir. Ach, du bist auch oben? Ja, ja, ich baue hier hier Clay, also Ton ab. Es ist ja nicht unter... Es ist ja nur Ober... Ach, ja, stimmt ja. So, ich warte hier bei uns. Was ist denn los bei dir? Ich hab die Nachbarn die Augen da wieder mit dem Hammer drauf. Ich bin kloppen. Ich farm grad mal alle unsere Workstations. Nein, ich mein von allen irgendwie, die an ihrem Einbau in einen Tunnel die platziert haben. Ach so. Da vorne ist eine Hexe. Alter, nicht angreifen. Die mit einem Tranken, mach dir nicht auf ein halbes Herz runter. Ja, ich weiß, Vergiftung. Ich weiß, welche Rüstung du hast. Ja, Vergiftung, ich weiß. Ist genauso wie wenn ich... Bei mir hat's mal Regenerationstrank geworfen. Wahrscheinlich wollte sie sich selber damit abwerfen. Ja, sehr wahrscheinlich. Aber dann hat sie mich... Okay, das erste... Ja, das erste war das Gewachsene und kommst du mal wieder zu unserer Base. Ja, ich würde sagen... So langsam ist die Folge nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten, würde ich sagen. Die Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Ja, aber längst noch nicht. Fertig. Alter, dieser scheiß Regen, ne? Der bringt mich zum Längen. So, ich bin grad dabei, Kartoffeln wieder durch Knochenmehl zum Wachsen zu bringen. Richtig, das ist ja unsere Farm. So, und jetzt hab ich wieder zwei Kartoffeln mehr. Jetzt werde ich die direkt braten. Bist du überhaupt? Ja, da, wo wir noch immer sind. Jo, das war ein Blitz. Du weißt schon, wenn Blitz in den Villager einschlägt, kommt eine Hexe, ne? Jo, hier sind richtig viele Blitze. Alter. Äh, ich würde da nicht reingehen, ne? Dann bist du down, ne? Ich weiß, ich stell mich grad unterm Baum. Äh, sollte man in Realität übrigens machen... Ja, auch nicht machen, ja, ich weiß. Sollte man in Realität auf jeden Fall machen. Nein! Nein! Man soll, man sollte sich hinlegen. Damit man so klein... Ah, einer meiner kriegen ja Schaden. Oh Mann, hier ist grad ein Griefer. Ah, da bist du. Hallo! Oh Mann, ein PvP ist aus. Ach, das war deins! Ups, ja, ich hab nur, hab mir dafür einen Helm gemacht. Entschuldige. Wow, ey, verpiss dich doch mal! Ich hab nur mal einen Knochen. Macht daraus Knochenmehl. Oh, noch so ein Kack-Zombie, Mann! Oh Mann! Alter! Ja, die spawnen mal einfach hier einfach regulär. Joe! Oh, was geht's? Alter, was ist denn hier los mit euch? Da hätt' ich so eine Spinne. Sorry. Noch ein... ...und scheiß Gelett abgestockt. Ja, hier ist halt dich bewaldet. Hier ist die einzige, äh, Lichtung. So. So, ich hab' ein bisschen Knochenmehl wieder. Ja, warte mal. Ich will das erstmal ausprobieren mit den Farbstoffen. Das ist wirklich klappend mit dem Ton. Dazu muss ich den erstmal brennen. Das mach' ich einfach mal mit Sätzling, komm. So. Oh, wir haben ein Problem dazu. Das Feld wird nicht mehr bewässert. Hast du vielleicht drei Eisen für mich? Ja. Wenn ich einen Wassereimer holen kann? Ja, hier ist halt Meer oder ein See. Das weiß ich, ja. Deswegen. Ja, ich hab' jetzt gebrannten Ton. Wenn ich jetzt einen Farbstoff mache, klappt das? Oh Mann, schon wieder so'n Scheiß-Gelett. Äh, komm. Piss dich. Nee, es klappt nicht mit Farbstoffen. Ähm, ich fahr' aber auch nicht. Ich hab' jetzt eingebrannten Ton trotzdem. Ich setze ihn einfach mal hierhin zur Demonstration. Soll ich rennen? Oh Mann, ich hab' nichts mehr zu essen außer Rottenflash. Ich hab' auch nichts mehr zu essen. Oh, auch so eine Ofenkartoffel. Kartoffel, mach mal eine Truhe, wo so Kobblestone und so Zeug reinkommt, okay? Genau, so eine Crab-Piste. Der Meintar ist voll. Meinst du auch nicht, aber auch nicht mehr so... So Granit-Zeug. Oh Mann, verpisst euch, ihr Scheiß-Simple-Männer. Hä? Wie hat der mich bekommen? Wie hat der mich gerade angehittet? Jo, ich hab'n Stack und 5... äh, 13 Kohle. Der war auf ner... der war komplett umgedreht. So. So, ich hab'n Wassereimer. Golderzschmeich noch mal rein. Oh, hier ist noch Rottenflash. Dann haben wir nämlich bald auch eine Farm. Ne, Griefer, 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 Griefer. Uh, uh. Hä? Ist ja niemand auf dem Server. The Shotbone Network? Ah ja. If you come across Bugs worth 1.8, report them on the forums. Downgrade to 1.10. Ja, ist okay. Warum ist das hier auf dem Server? Ja, das ist ein Bug. Ich war jetzt auf... The Shotbone Network. Ich kenn' den Server Shotbone, aber... Ja, darauf hast du gerade eben gar nicht gespielt. Nein, nur nicht. Nein, gar nicht. Nein, nein. Du hast ja nur gerade nicht Smash gespielt. Nein, nur nicht. Nein, nein. Hast du nicht? Nein! Ich werde dich auch machen. Ja, ich auch. Weil das halt auch ein ziemlich lustiger Spielmodus ist und ich ihn lieber spiele als irgendwie Survival Games oder sowas. Ja, es ist viel besser gemacht eigentlich. Ja, der Shotbone Server ist leider ein bisschen schlecht. Er ist ein bisschen laggy. Ja. Ist halt auch ein kleiner Server, ne? Also wie Craft Game. Klein, 2000 Spieler im Schnitt immer drauf. Ja. Craft Game Mini, die haben immer ungefähr 100 Spieler. Aber die sind gut. Der ist aber der, der ist ja von Herr Bergmann, glaube ich. Craft Games, nein. Doch. Hat, ähm, hatte Dominik mir erzählt. Ja, was labert der denn für eine Scheiße? Ich bin mir ziemlich zuf. Oder irgendwie was anderes. Michael. Also Herr Bergmann hat, glaube ich, gar keinen Zauber, sonst würde er auch da mehr drauf spielen. Ja, Gomme spielt, äh, auch nicht so oft auf Gomme. Aber ich glaube schon mehr als, äh, Herr Bergmann, wenn schon auf, äh, Craft Games. Craft Games ist ja auch viel. Ich will jetzt nicht Bio machen. Oh Gott, äh. Du machst das so oft, das sind sieben Weizen. Ey, das ist so ein... Du kannst so einfach vier und nicht drei. Vier liegen, ähm... Kann ich mir nichts für kaufen für vier Weizen. Ja, ich kann mir für drei Weizen ein Brot machen. Du kannst hier für... Gold, 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 Gold. Ja, das ist mein Gold. Meins, wir reden hier von UNSER. Ja, wieso? Weil das ein Teamplay ist. Du kannst ja noch mal andere machen. Ähm, nein, es gibt hier keinen MEIN und DEIN. Äh, wir haben auch unterschiedliches... Wir wollen auch unterschiedliche, äh... Wir wollen eine große Stadt bauen. Ja, aber dann... Wir machen ein Teamplay und wenn du da nichts... Das nicht zugehört hast, dann tut es mir leid. Ja, aber wir machen, äh... Können sie uns nicht einfach irgendwas nehmen oder sowas? Nein, natürlich vorher fragen, aber... Ach so, gut. Halt die Klappe. Ähm... Ich kann ja genau so sagen. Was ist denn dieses Callstone-Gebilde hier? Ach, der hat sich hochgebaut. So, ich brauche mal ein Thumbnail. Äh, na... Genau, ich brauche auch... Ja, ich nehme das alte Thumbnail. Ich nehme das jetzt für jede Minecraft Hydro... Hydra-Folge. Mach ich nix. Ich mach mal unterschiedlich. Ich mach mal unterschiedlich. Ich mach mal, denn das, was das Wichtigste... in der Runde war. Äh, das du deinen Facegrad zeigst, ist das Wichtigste genau. Ja, in der Runde ist das Wichtigste. Und der gebrannte Leben. Da hab ich auch noch mit drauf. Oder nimm mich so mal in den Hintergrund. Alter, weißt du, wie schlecht das aussehen würde? Genau, wenn... Oh, jetzt kommen wieder Zombies. Komm, dass es wieder jagen geht. Ja, warte, lass mich erst mal mein Eisen braten. Ich will mir erst mal... Dann geht eigentlich schon die Folge aus dem Timer. Oh, oh, oh. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt doch mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschuhu! Tschuhu!